Autofokus ist gut, man. Ja, ja, jetzt red nicht so viel. Ich muss nur Videografen. Du bist still, sagst du darfst nicht so viel reden. Nein. Jetzt bist du gleich. So, ne? Okay, perfekt. Jetzt muss ich mal so bleiben. Guck mal ruhig in die Küche. Gleich kommen Bullen oder so, keine Drehgenehmigung oder so. Zitterst du? Zitter nicht. Ich zitter doch immer. Zitter nicht. Aber deswegen habe ich dir das alle gegeben. Du kannst das mit zwei Händen halten. Bei dem Sound würde ich auch gerne mal meiner Freundin Essen geben. Klar, nicht? Ja, durchaus. Wasser trinken. Highlight. Stay hydrated. Kannst du den unten mal streichen? Ich überlege. Mach doch. Timo, du bekommst tatsächlich eigentlich die erste CD. Weil ich bestell nochmal nach und ich mach jetzt nochmal selber. Was ist das? Das ist für die ausverkaufte Pippo-Metalität. Für die Leute, die den Podcast gehört haben. Ja, ist sie. Du hast ihn auch nicht gehört, ne? Ja, sicher. Ja, sicher. Hey, Leute. Wir hören, wie du ihn gehört hast. Das war die... Ja, Leute. Vielen Dank. Exaktisch. Grandisch. Ja, ist sie. Jetzt freutest du dich. Wir hätten das Welt gemacht. Ist ja geil. Ich hab aber, glaube ich, nur zwei, drei oder so. Ja, so viele habe ich jetzt nicht. Weil da sind schon ein paar weggegangen tatsächlich. Hm? Und wenn da sind schonすごい. Hier haben wir diese jeder einen. Ich hab einen geschnitten. Ja, ich hab einen geruchten Stoff. Ja, ich hab einen Geruch. Ich hab einen Geruch. Du bist ja falsch. Also, wir sind auf eine Wand. Sagen wir da eine Wand. Wir haben nicht meine Wand. Ja, ich hab einen Geruch. Ich hab einen Geruch. Ja, ich hab eine Wand. Hast du mehr Autos geliefert? Ja, vielleicht auch nicht. Ich würde sagen wir gucken in die Kamera von Timo. Ja, das kommt richtig gut. Boah, das ist nicht, Alter. Das war wie die alten Zeiten. Das ist brutal, Alter. Ja, ich würde von jedem noch mal so einzeln vor. Monträt, auf jeden Fall. Fangen wir gleich an. Mach was du willst. Mach was du willst. Hast du eine Nummer? 6, 6, 6. Eins als Null. Ja. 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 Ich muss kurz bezahlen. Eine Sekunde. Ich will auch mal von ganz gerade vor. Wir machen auch alle gerade vor. Ich will auch so eine Haftform. Machen wir da, wo wir alle zusammen sind. Ja. 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 Boah, ist das ekelhaft, das Bild. Ja. Boah, ist das ekelhaft. Ekelhaft. So was aussieht da einfach. So was aussieht da nicht. Dasاشiel hast du nie. Ich verstehe irgendwas von mir. P Mach mal Foto mit Kylian und Daniel. Dann sag immer mal, was deine Konnektion ist. Noch mal ein bisschen näher. So ein Klassenfoto. Klassenfoto? Ja. Wolltest du noch oben, weil du willst das jetzt da? Ach so, dann geh doch erstmal was essen. Dann können wir immer noch hochgehen. Ich muss nicht jetzt essen, aber wir können, wenn wir gerade hier sind. Ja, dann lass uns schon mal hochgehen. Lass uns schon mal ein fettes Bild machen. Geil ist klar. Jetzt nacken! Hast du noch ein bisschen aufgenommen? Wo war hier? Wo ist mein Bruder Johnny? Sag mal Hallo zu YouTube. Hallo YouTube. Echt YouTube? Natürlich YouTube. Was denn sonst? Das geht ab YouTube. Ich nehme ihn schön als Thumbnail. Und dann kriege ich auf. Bester Fotograf. 2, 3, 7. Deutschlandweit. Da sag ich nichts zu. 5, 8, 1, 9. Erdwestermann nochmal. Geh jetzt mal einmal an, dann frag ich. Hier zeigst du alles, oder? Ja. Da ist das absolut drin. Ja, ich brauch ja jemanden. Ich brauch ja jemanden immer so ein bisschen. Weißt du? Ich hab das ja sonst immer selber aufgenommen und so. Das ist halt nervig. Wenn du für acht Kameras rumläufst, dann bleibt das immer auf der Strecke. Dann hab ich immer... Das ist schon geil von dir selber, vom Hintergrund. Was machst du mit den Leuten? Ja. Die will jetzt für Blatt in Blatt aus. Und die macht dann von hinten quasi. Und dann kann ich so nicht sorry posten. Die Leute so ein bisschen anfixen. Ja. Und dann halt mehr Leute gucken. Ja. Ja, das ist doch geiler. Und man so ein bisschen mehr Stoff hat. Ja. Ich weiß schon, das ist doch ein ganz groß aus, Alter. Machst du mir eine Dex? Dann muss ich dir das aber in richtig guter Qualität stellen. Du machst mir eine Leinwand fertig. Ich? Wie soll ich das denn machen? Mach mal ein Foto. Ich glaub der Anto auch für mich. Ehrlich? Ja. Ja, das bin ich doch gar nicht. Dann ist jetzt dein erster Partner. Ich bin auch nicht im Gast. Ne? Kann man mich stellen? Ach so. Ich esse zu gerne, deswegen. Und so, dann ist das für die auch wieder ein bisschen aufbau-mäßig. Voll toll. Vor allem auch voll geil. Alle die Thresh-Hits. Alle das Dreikett-T-Shirt. Alle die Ketten rum. Sieht wirklich mies aus. Die T-Hits. olin. Ich will davon sein. Grüß dich. Willst du mal eineen Muschi sehen? Mann... Okay. Und auch Fragen pursue! Ich denke nicht ob ich jetzt auch zur Arbeit. Höh... Was? Hier muss aber bezahlen können. Hä? Ich Doctors ot셨어요. Das ist ja eine Art von Fakum, äh, Fakum. Ich hab den Akku gleich tot. Du kannst auch vergessen. Konzentration, einmal bitte in meine Kamera gucken. Das ist Mika. Ich bin Mika. Das ist Mika. Das ist meine Ex-Freundin. Wir haben uns aber getrennt, weil deine Füße sind zu groß geworden. Ja, das stimmt. Ruhig wenn man eifersichtigt, weil die größeren waren als meine. Ja, das ist unangenehm gewesen. Das ist das Problem. Was machen wir das denn? Aber egal. Wir haben das glaube ich gewohnt. Ja, Freundschaft nicht. Wir waren jetzt unterwegs. Deswegen war's gut. Ja. Ich sag mal so in die Runde. Mach's gut. Mach's gut. Hab mich gefreut. Sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Aus der Runde, ohne Runde, ohne Runde, ohne Runde, ohne Runde. Mach's gut. Mach's gut. Mach's gut. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Das ist was. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hey, das war's. Hast du noch an? Ja. Ja, das war's. Jetzt habt ihr mal so gesehen, ne? Was für coolen Leute nicht so abhängen. Und Basti hat meinen Kumpel gefunden. Ist richtig. Ja, dann viel Spaß. Basti hinter der Kamera. Das war's. Hast du schon ausgedrückt? Nee. Yeah! Tschüss!